2,5 Wochen alter Welpe, ganz zurück nach Rohfleisch. Guck mal hier, guck dir das mal an. Guck mal, guck mal hier, ihr kennt auch was. Guck mal, guck mal. Upsa, Schatz. Guck mal hier, guck mal hier. Guck mal hier, die kleine kommt auch. Guck. Guck mal hier. Guck. Komm nicht ran, weil der dauernd den Kopf dazwischen macht. Guck mal, guck sie an. Jetzt ging es ganz verrückt. Jetzt aber. Das sagt echt alles, oder? Guck mal hier. Ira kommt auch dazwischen. Siehst du das?